Aber es war geil, es war einfach nur der Knaller. Oder Stadion selber ist ja schon der Kracher. Es war schon echt der Klingel. Es war noch so ein Künstler zu sehen bei der Arbeit. Es war echt ein Künstler. Ja, der konnt wirklich, der konnt alles. Der konnt Musik machen, der konnt tanzen, der konnt alles. Das war ein Künstler von mir, oder? Ja, aber auch. Ja, mein G-Schema. Was? Was? Nein, du siehst du? Ja, 18.